Zeno ist ein weiblicher Habitsadler. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es bei mir weiß. Ich habe es auf jeden Fall auf dunkel gestellt. Muss man ihn einstellen können. Hey, it's me. It's me. Oh! Vielen Dank für den Reception, dass du immer noch mit der Birdie Airline fliegst. Dankeschön! Buhu, ihr ist. Hi, Eini. Eini. Hallöchen, Eini. Schön, dass du da bist. Ich muss ja richtig hype sein, da ich Isa live sehe. Ja, bitte. Also, ne? Sei bitte ein kleines Fangirl. Und webe nicht. Wow, ich bin sogar direkt hierhin telepositiviert. Eini, wie geht es dir? Okay, ähm. Wir haben noch zwei Nebenquests. Machen wir mal die Wasserratten. Und dann gehen wir ins falsche Menü. Ihr wisst, Leute, ich kann mit Controllern nicht umgehen. Yay. Ach, das ist das die Hauptnebenquests. Haben wir auch? Gibt es hier eigentlich noch irgendwie was? Was ist denn hier cooles? Hier haben wir noch ein paar Sachen zu suchen und hier ist irgend so eine Wolke. Dann gucken wir einfach mal... Äh, boah, wie ging das denn noch mit dem Kamelrufen? Oh, das ist so cool, ne? Wahrscheinlich gibt es jetzt in den nächsten Spielen immer so, dass man einen Vogel spielen kann. Leeres Rauschen, Hilfe! Was waren denn das denn für Ladezeiten? Das weiß ich auch nicht. Aber das war noch vollkommen in Ordnung für mich persönlich. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ohne Kopfweh geht es ganz gut. Hast du noch? Immer noch Kopfweh? Die allgemeine Schlafsituation wird lustig. Ja, das kann ich... Ja, stimmt. Oh. Das kriegen wir schon hin. Ich komm... Ich wollte auch am 29. hinkriegen. Ich habe meinen Platz safe, da ich schon früh am Start bin. Hahaha. Ja, mein Gott, ne? Da ist Plötze. Ah, Plötze. Plötze. Was? Oh, ich habe die Frau umgebämpft. Leider nicht in echt, aber ich habe die Frau umgebämpft. Okay, ja. Oh! Oh! Ähm. Oh! Ich habe gerade die Frau mit meinem Stock geschlagen. Hahaha. Weil ich mit der Störung nicht klarkomme und immer denke, es muss doch eine Taste geben, mit der ich schneller reiten kann. Oh mein Gott, hör auf! Oh mein Gott, hör auf! Lass das! Bayek! Das ist der altägyptische Drive-By. Ne, ich stehe nicht auf so Männer. Und die Damen, die da sind, sind alle vergeben. Ja. Ich bin einen Tag vorher da und teile mein Zimmer mit Felice? 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 Das ist doch sowieso immer Felix, ja? Jens ist ja nicht da. Chris schläft, glaube ich, bei ihm im Bett. Ach so. Halt! Bleib stehen! Warum? Das Sperrgebiet ist oder was? Oh Mann. Ähm. Einmal bitte... Okay. Einmal von Platz, bitte runter. Duda, halt! Duda! Im Radio! Im Radio! Ich hab keine Ahnung. Weißt du... Okay. Ah. So. Ich muss mich an den Controller grad... ...gewöhnen. Was haben wir denn hier überhaupt? Okay. Da finden wir alles, was ich umniepen kann. Was ist hier? Ah, das ist die Truhe, die wir haben wollen. Und ein Feuer. Na dann. Versuchen wir uns... Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Döte den Hauptmann? Äh. Befehl an die Patrouille. Vielleicht hab ich geträumt, aber ich sah seltsame Violetten auf dem Armani-Hügel nördlich unseres Lagers. Wir sind von Gräbern umgeben, was mir Schauer über den Rücken jagt. Ich wage es nicht, auf den Hügel zu steigen und nachzusehen, ob das, was ich... Ähm. Sei ein Mensch, ein göttliches Wesen, eine Form des K oder... Skuma! Resub! Uh! Vielen Dank für den Resub. Schön, dass du auch mit dem Birdies fliehst und schön, dass du da bist. Hallo! Und Hallöchen, Access All Areas. Hallöchen auch an dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ähm. Das ist... Ach, Chris, ich dachte... Ja, ja, Isa und ihre geheimen Wünsche. Die sie in dem Spiel ausleben. Ey, das war voll aus Versehen gerade mit dem Schlag. Ich will mich, Silvester, eh nur bekippen. Wenn ich voll bin, penne ich auch im Stehen. Ja, dann. Gibt's da eigentlich eine Minimap? Oder nur das... Ist das nur das Radar? Bei Freunden von uns genießen. Du hast vergessen, das Abo zu kündigen. Was macht ihr nicht? Ich freu mich darüber. Ähm. Niemand aus dem Lager wagt sich dorthin. Ich drohte ihnen sogar, dass sie eine Woche lang keinen Bein bekamen. Sie sagten, und wenn, als ein Monat wäre. Tapferer Soldat der Patrouille, ich befehle dir, tapfere deine Seele für mich und beschaffe mir diese Informationen. Möge Amundi beistehen. Chepos. Okay. Wo war jetzt der Schatz? War das nicht hier? Hier sind wir, okay. 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 Da war der Schatz, ne? Ah ja, hier. Guck mal, dann locke ich mir das mal eben ein. Ah. Ihr seht mich nicht! Ich kletter hier einfach mal hoch. So. Was ist das hier? Fallen lassen. Ach, das sind Vögel, die wir abschießen können. Ah! Schöner Name! Hallöchen Malorie! Du auch mal wieder hier. Wie geht es dir? Und der Gaspi ist auch da. Hi! Ich hoffe, dir geht es ein bisschen wieder besser. Mir geht es ganz okay. Ich kriege nur gerade irgendwie eine Erkältung. Irgendwie kriege ich nur eine Erkältung. Das ist nervig leider, aber naja. Macht mal leider nichts, ne? Karte. So, das haben wir erledigt. Wir waren auf dem Weg nach hier oben. Dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Vielleicht können wir da ja querfeldeinlaufen. Können wir da querfeldeinlaufen? Hm. So, wir sind aus dem Sperrgebiet wieder raus, weil es oben nicht mehr rot ist. Und, äh. Ja, versuchen jetzt einmal mal querfeldeinlaufen. Welche Serien auf einmal zum Prime? Wie lohnt sich eigentlich so außer Shannara? The Walking Dead? Lucifer! Auf jeden Fall! Aber ich glaube, Lucifer ist überhaupt nicht ihres Humor. Ich weiß nicht. Also ich gucke da Agent of S.H.I.T., aber ich kaufe mir halt Agent of S.H.I.T. auch. Amani-Höhle. 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 I und ich kam als Kinder oft hierher. Die Banditen sind da drin. Ups. glaube wir müssen das ist echt praktisch mit dem vogel dass man halt gucken kann wo man so hin muss und das klettern ist auch super weil es einfach geht oh mein gott okay okay oh gott ich kann doch nicht kämpfen die hat mir sehen aber gerade nicht gezeigt die scheiß hier jen aua 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 weg 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 oder der ist doch hier was tut so ich weiß doch nicht blöcke oh gott steht hier nur alles im schleichen bitte oh mein gott oh mein gott oh gott oh gott ich weiß schon dreimal gestorben du spielst ja gar nicht auf schwer nee ich spiele auch tatsächlich nur auf normal aber ich komme halt mit dem controller überhaupt nicht klar tabu ist auch in der american gods american gods soll ja auch tatsächlich richtig richtig gut sein aber hi isa hallöchen alex schön dass du da bist wie geht es dir mir ist gerade der controller auf den schoß gefahren mit dem haben sie anblicke ich gar nicht mehr durch was bis jetzt mcu gehört und wo es welche ich finde das auch dass ich finde es doof dass die ganzen mavi serien und die serien irgendwie nicht so auf einfach auf netflix sind oder so in humans würde ich zum beispiel auch super gerne gucken das gibt es irgendwie nicht die netflix serien und sonst gehört eigentlich nur agents of shield und agent card nein ach so und das neue und eins bringen die aus hulu auf hulu raus aber da weiß ich gar nicht mehr wie das heißt tatsächlich kann ich jetzt hier einfach runterspringen oder sterbe ich dann instant wenn ihr diesen bauern noch mal seht bringt ihn zu mir ich will ihn befragen kann man mit dem vogel auch runter fliegen okay wir haben zumindest drei ziele lokalisieren zu brei männer sie sollen wissen dass wir es ernst meinen auch das ist sogar praktisch dass der im gebüsch ist bei mir ist alles gut das freut mich der jessica johns lucage einfluss defend das ja warum gibt es serien die mit netflix zusammen gemacht wurden und sind und nicht alle filmer muss ich mal gucken habe ich netflix serien alle geguckt krieg was mich hat richtig nervt ich kann zum beispiel nirgendwo flash und sowas gucken oh mein gott wo kam er denn plötzlich her und ihm ist nicht mal aufgefallen dass sein jüd irgendwie das dass der da liegt manchmal habe ich den eindruck ja schon dass die kaim ein bisschen dumm ist so da war eine truhe das hat jetzt irgendwie nicht mehr tangiert ne ich werde überlesen oh nein isa denkt an mein andenken für mich an dein andenken was was möchtest du einen blauen fleck vor mir oder wie darf ich das verstehen oh hier sind ja doch ein paar mehr das problem ist ich versuche gerade rauszufinden wie man nochmal blockt ich stehe auf haue glaube ich stehe auf haue glaube dass nicht okay aber wenn du drauf bist du stehst ist wenn ich da ist echt so doof dass er mich nicht wieder sieht ich würde die mut eigentlich das war's die banditen kommen so schnell nicht zurück finde neue quest wenn du eine neue quest finden willst dann suche nach dein adler kann dir helfen sie zu finden du kannst aber auch direkt die weltkarte öffnen der panisch da war sonst im mcu nein ist vielleicht der superheld ja vielleicht ist der superheld das ist die falsche taste die ich hier drücke so haben wir das jetzt hier auffällig ne nein haben wir noch nicht ich muss jetzt noch einen schatz finden dann haben wir hier noch daneben mission dann haben wir da noch einen aussichtsturm halt ne dann suchen wir noch die letzte truhe will ich behaupten ach hier hätten wir reingehen können okay warte wenn das der eingang ist dann müssen wir wahrscheinlich da hinten die truhe nehmen aber mal ernsthaft wie block ich nochmal das mit einem fall so block okay alles klappt rausgefunden alles das kann man alles looten ναas' luke luke luts aber wir haben doch wir fehlt doch ein fall Stinkt. Tut mir eigentlich Feuer weh? Ich brenne für dich. Natürlich nicht. Ich bin ja auch so ein... Ah, es tut mir weh. Okay. Oh mein Gott. 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 Okay, weil du brennst gerade ein bisschen zu sehr. Okay. Es dauert nur ein bisschen, bis man brennt. Okay. Gut. Haben wir das rausgefunden. Vielleicht Schaff 1 und 2 gibt es bei Amazon. Ja, ich bin aber schon bei Staffel 4. Leider Gottes. Deswegen. Muss mich jetzt fertig machen und gehen. Alles klar, Iris. Ich wünsche dir einen schönen Samstag. Schön, dass du nochmal hier reingeschaut hast. Looter Queen. Ich weiß nicht, was du meinst. Gibt es hier oben eigentlich nochmal Loot? Ne, ist okay. Rufen wir mal gleich die Plötze nochmal und dann... Ist okay. Ich finde, wir haben es ganz souverän eigentlich geschlagen. Und hier war Blocken, ne? Ja, okay. Warte. Äh... Äh... Du hast die Quelle zurückgeobert. Was? Okay. Ich hätte ihn fast abgeschossen. Ich bin sehr dankbar, Bayek. Es ist, als hätten wir unseren Medjay zurück. Schön, dass ich helfen konnte. Möge Amun mit dir sein, Zenny. Es gibt noch gar kein Isabella-Merch. Ne, das stimmt. Das stimmt. Ähm. Na, so Anhänger und so ein Stuff halt. Ach so! Was meinst du? Das gibt es da ja nicht. Was mache ich eigentlich gerade mit den Händen? Ach so, als hätte er noch den Bogen in der Hand. Hallöchen, 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 Shiso. Na, wie geht es dir? Merch, da ist das Wort. Ne, mein Merch-Shop ist momentan zu wegen... wegen Unbenanntheit. Und deswegen wollte ich mal gucken, wie ich das dann sinnvoll alles mache und löse. Ähm. Ich bin ein Luther-Finn. Ja, das bin ich. Ne, irgendwo wieder diese... Ja, die zumindest ist diese... Trainiert. Ähm. Jagd. Wandert. Geist. Müssen dahin auf jeden Fall. Okay. Aber wenn wir gerade hier sind... Ne, das ist nicht näher. Okay. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir hier den Berg runterkommen, ohne dabei zu verrecken. Wir haben irgendein goldenes Fragezeichen. Das triggert mich viel mehr, tatsächlich. Hallöchen, Nils! Na? Hast du jetzt eine neue Grafikkarte? Nein, Shiso. Ich spiele auch Xbox einfach. Ich hab's mir ganz billig gemacht. Ich hab mir das Spiel einfach ein zweites Mal gekauft. Und zwar für die Xbox. Ist da nicht sogar Plötze? Hier, wenn ich den Zaun hier rüberspringe? Kann ich hier rüberspringen? Plötze? Das bist du? Ich habe mal die Nacht. Ja. Und zwar für die